So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf dem Kanal. Wir sind gerade auf dem Screen. Und Leute, ihr denkt euch, was ist das für ein Screen? Ihr bist doch einfach tot. So, ich bin jetzt auf meinem letzten Bullseye gelandet. Und genau den Skin da vorne hole ich mir jetzt ab. Leute, ihr seht jetzt meinen Sensemann, der jetzt ankommt. Warte. Bam! Wir haben den Sensemann. Wir haben Stufe 100 erreicht. Oh mein Gott. Hier ist der Sensemann. Ich habe den Sensemann freigeschaltet. Ja. Das ist einfach nur krass. Leute, ich bin extrem glücklich über diesen Skin. Endlich haben wir ihn. Dann können wir auch direkt unseren Dance machen. Und damit war es von diesem Video ab. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von sowas sehen wollt. Ich habe ja jetzt einfach den Battle Pass auch nicht durch. Es ist ja nichts. Dann bin ich da. Abgeschlossen. 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 Nur die Woche 6 habe ich noch nicht abgeschlossen. Aber sonst ist alles okay. Und dann würde ich sagen, das war's von diesem Video. Bis dann. Ohne Woche vorbei. Tschüß. Ciao.